Liebe Regine, meine Physiotherapeutin. Als ich durch den Unfall meine Beine verloren habe, hast du mir gezeigt, dass ich die Wahl habe, mit Angst in die Zukunft zu blicken oder nach vorne zu schauen und keine Angst zu haben. Als ich nur das gesehen habe, was ich verloren hatte, hast du mir geholfen, nicht aufzugeben. Du hast mir gezeigt, dass ich auf meine eigene innere Energie vertrauen kann und dass ich den Mut habe, andere um Hilfe zu bitten, noch bevor ich wieder gehen konnte. Du hast mich inspiriert, davon zu träumen, wie ich rennen werde. Man sagt, Mut ist wie ein Muskel. Je mehr man ihn fordert, desto stärker wird er. Ich kann dir nicht oft genug Danke für alles sagen. Dein David Er Easy 9 2 5 1 6 Bremen 7